Gleis 10, Einfahrt RB 25 nach Kummersbach über Köln-Mitte-Deutz, Abfahrt 6.44 Uhr, heute nur bis Oberhard. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 10, Einfahrt F12 nach Himmels über Torstorf, Abfahrt 11 Uhr 1, heute Unterhalt im Köln-Airport, Businessport, Köln-Steinstraße und Haupt, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 7, Einfahrt RE 22 nach Hürth-Kalscheuen über Köln-West, Abfahrt 11 Uhr 1, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 12, Einfahrt F11 nach Köln-Hollweide über Neuss, Abfahrt 9 Uhr 38, heute Mithalt in Dokterat und Bergisch-Gladbach, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 12, Einfahrt F12 nach Köln-Hollweide über Neuss, Abfahrt 11 Uhr 1, heute Mithalt in Dokterat und Bergisch-Gladbach, Vorsicht bei der Einfahrt.